SchneewittchenTV wird präsentiert von der Lora-Werbegemeinschaft. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur mittlerweile neunten Ausgabe von SchneewittchenTV. Und natürlich haben wir auch heute in dieser Sondersendung den Fasching ausgerufen, denn ich sende direkt aus dem Fasernachts-Modeladen von Gisela Albert Schaub in der Lora Innenstadt, der leider dieses Jahr wie so viele andere Geschäfte auch geschlossen bleiben muss. Mit der Inhaberin Gisela führe ich natürlich im Laufe der Sendung auch ein kleines Interview und möchte von ihr wissen, wie sie denn ohne Fasching über die Runden kommt. Ohne Fasching geht natürlich in dieser Ausgabe nichts. Das Kommando haben die Wombicher Klöskopf übernommen. Der Thomas und der Hilma, die werden euch ein bisschen durch die Sendung führen. Und ich kann euch jetzt schon verraten, einige Prominente waren in den letzten Tagen in Lohr unterwegs. Ein Interview haben wir auch mit Angelika Winkler, der Vorsitzenden der Lora Werbegemeinschaft, geführt, die uns ihre Aussichten für die Werbegemeinschaft auf das neue Jahr mitteilt. Der zweite Teil vom Langlauf folgt natürlich auch. Mit Johannes Rustler war ich diesmal direkt in der Läupe hoch über Frammersbach unterwegs. Und mit Werner Hartmann habe ich einen weiteren interessanten Interviewpartner zu Gast in der Sendung, der zuletzt in den sozialen Netzwerken als der Bär auf sich aufmerksam gemacht hat. Er lädt dort nämlich Musikvideos hoch. Das Interview mit Mario Paul, mit unserem Bürgermeister, das werden wir auf die kommende Sendung verschieben. Denn jetzt muss natürlich der Fasching erstmal ein bisschen Vorzug erhalten und den zweiten Teil seht ihr dann eben beim nächsten Mal. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt hinein in unsere neunte Ausgabe mit einem donnernden Wombach-Hellau. Die Wombicher Klössköpf werden präsentiert vom Sanitätshaus Schön und Endres. Bequeme Schuhmode in Lohr. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich stehe heute vorm Horrorwittchen an der Stadthalle. Es ist ziemlich kalt, wir haben Faschingszeit. In der Stadt ist ziemlich wenig los. Und für Lohr hat sich heute ein hochrangiger politischer Besuch angekündigt. Ich bin sehr gespannt, ob meine Einladung an die Bundeskanzlerin auch weitergeleitet wurde. Denn nach meinen Informationen sollte sie sich gerade auf den Weg zu uns machen und uns direkt hier an der Stadthalle begrüßen. Guten Tag, Herr Zagl. Entschuldigen Sie die Verspätung, aber dringende Regierungsgespräche stehen derzeit im Vordergrund. Ich freue mich ganz besonders, Herr Zagl, dass ich bei Schneewittchen TV Ihnen hier ein kurzes Interview geben darf und eine Stellungnahme zu... Tja, wir sehen Sie schon im Hintergrund, komme ich gleich zu, Herr Zagl. Vielen herzlichen Dank nochmal für die Einladung hier ins schöne Lohr am Main. Ja, vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin, dass Sie den Weidenweg von Berlin zu uns in die Stadt gemacht haben. Wie sind Sie denn auf Laura aufmerksam geworden, dass Sie überhaupt sagen, naja, zu Schneewittchen TV gehe ich mal. Das ist ja eine große Ehre für uns, Laura. Als ich in Google Schneewittchen eingegeben habe, stieß ich sofort auf Schneewittchen TV. Das, dachte ich mir, ist eine Sendung, die ich als Bundeskanzlerin gerne unterstütze. Und das Engagement des Herrn Zagl möchte ich hier ausdrücklich in den Vordergrund rücken. Das ist ganz großes Kino, Herr Zagl, was Sie hier für die Bundesrepublik Deutschland leisten. Für die Bundesrepublik im kleinen Lohr, Frau Kanzlerin, ich bin gespannt, was Sie zu sagen haben. Vielen Dank, die Bühne gehört Ihnen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, es ist mir eine große Freude, hier in Laura Main vor diesem neuen Palast der Stadt stehen zu dürfen. Und noch mehr freue ich mich, dass mir zu Ehren hier eine Skulptur von mir aufgestellt wurde. Hiermit ein recht herzlichen Dank an die Stadt Laura Main, die mich mit dieser Skulptur ehrt. Ich muss sagen, den Schöpfern dieses Wesens sei ausdrücklich dankgesagt. Die Figur ist mir wahrlich wie aus dem Gesicht geschnitten. Liebe Mopperinnen und Mopper, liebe Schnüdelinnen und Schnüdel, ich muss sagen, dieser Palast der Stadt, auch wenn er ein großes Defizit abwirft, weil wenn sich einer mit Defiziten hier im Land auskennt, dann bin das, denke ich, ich, muss ich sagen, die Architekten und Schaffer dieser Halle haben sich bei der Fassade etwas gedacht. Wie Sie sehen können, haben wir hier eine Schießschartenoptik. Diese Schießschartenoptik erinnert an eine Rolle, eine Lochkarte einer Drehorgel. Und Ihnen zu demonstrieren, was sich die Architekten dabei gedacht haben, demonstriere ich das an dieser alten Drehorgel, wenn ich diese Stadthallenlochkarte hier einführe. So, dann passen Sie auf, was hier dabei rauskommt. Liebe Lora-Talkessel-Fastnachtsvereine, liebe Fastnachtsfreunde aus Wombach, Lohr und der Umgebung, ich wünsche Ihnen allen, trotz allem, eine fröhliche Fastnacht und wünsche Ihnen von ganzem Herzen und rufe fröhlich heraus ein dreifach donnerndes Hello, hello, hello. Und denken Sie immer daran, wir schaffen das. Hey, 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 weißt du, ja, früher so, ja, vor dem ganzen Theater, Pandemie, ja, sowieso, ja, sei ja, mit Udo ist alles paletti, ja. Ich weiß, früher hatte ich hier immer Cocktails und so, ja, weiße, ein Touchdown und jetzt ist hier, jetzt ist hier Lockdown, ja, hey, hey, hallo, hey, hallo, hey, hallo, hey, hallo, nur ein Eierlikärchen für Udo, hey, 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 wer mal da, nie, so, gucke mal weiter, hey, lass mal gucken, da hinten, hey, Sternkeller, hey, yeah, hey, 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 тел, hey, 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 teme, hey, 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 Sternekeller, meine alte Location, hey, 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 früher immer schon hier, nach der Tour, weiße, im Sternekeller, so richtig zum Absacken, ja, hey, 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 weißt du, différentsf sintomark ANDRE In ج cumboxen, so, rock'n'roll, yeah, Und ich weiß noch, ich bin immer an den Dresen gegangen und sag so, hey, mach mir mal 18 Pils, ja. Ich sag, die Wirtin, hey, Udo, was willst du mit 18 Pils, ja. Ich sag, hey, an der Tür steht ein Schild, ja, so Alkohol erst ab 18, ja. Ja, ja, ja. Und hey, pass auf, ja, Sternkeller-Stories, ja, kann ich mich erinnern, ja. Weißt du, ich, ich, ich ja jetzt im Moment immer Lockdown, ja, der Udo, Udo ist zu Hause, ja. Der Doc sagt mir jetzt schon, Herr Lindenberg, ja, am besten, ja, sie, sie trinken jetzt mal vier Wochen, ja, kein Alkohol und wir schauen, ob es besser wird. Sag ich, hey, hey, Doc, hey, ich hab einen Alternativvorschlag, hey, pass auf, ich trinke jetzt vier Wochen lang mehr Alkohol und wir schauen, ob es schlechter wird, hey, 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 Leute, keine Panik und denkt daran, auf Udo könnt ihr bauen, sobald er rum ist, der Lockdown, yeah, hey, keine Panik, euer Udo, yeah. Wir sind auf dem Schneewittchenwanderweg und auf dem Schneewittchenwanderweg verläuft die Läube. Genau, die geht jetzt bis zum Wiesbyssee von hier aus, so ungefähr zwölf Kilometer, leicht ansteigen, ein paar schöne Gefälle mit drin, bekommen an Moosborn mit vorbei, schon ins hessische und hier ist eben der tiefste Punkt, der Einstieg und das sollen wir jetzt mal ausprobieren, wie es in der richtigen Läube dann läuft. Du verleihst ja auch Langlaufski und jetzt hast du mir gerade verraten, dass das Klischee doch ein bisschen stimmt. Es sind zwei Drittel Frauen, die sich für Langlauf interessieren. Ja, das ist ganz erstaunlich dann, also nur ein Drittel männlich zur Zeit und auch junge Damen, die sich dafür begeistern können, was für mich ganz erstaunlich ist dann. Und ja, das Geschäft machen wir erst seit 14 Tagen, aber es läuft ja gut. Natürlich sind optimale Schneeverhältnisse zur Zeit. Müssen wir sehen, wie es nächste Woche wird, ob der Winter so bleibt, wie er jetzt momentan ist. Übrigens, der Johannes verleiht leider nur, obwohl er ein hervorragender Skilehrer wäre und bei zwei Drittel Frauenanteil kämpfst du auf der Kosten. Also das sollst du dir mal überlegen, doch noch als Skilehrer einzusteigen. Das wäre doch eine zweite Karriere, ja. Also ich fahr mal weiter. Der Johannes, der hat mich jetzt wohin gebracht? Wir sind ein bisschen höher als vorhin. Ja, wir sind jetzt bei der Grotte weitergefahren und gehen jetzt in Richtung Wiesbüttsee. Immer noch auf der Schneewittchenläupe dann. Man sieht schon, es ist hier tiefer schneit. Es wird immer winterlicher. Wir sind jetzt schon auf über 400 Meter. Und schauen wir mal, wie es jetzt hier weitergeht. Und das ist hier durchaus jetzt auch ein wenig anspruchsvoller, die Pistel. Ja, man sieht es, es scheint jetzt auch gleich an. Da kommen jetzt noch ein paar Abwarten dann, wo es besonders interessant wird dann mit Langlaufski. Wie bremse ich mit Langlaufski? Das können wir doch mal üben dann. Also gut, wir gehen auf die Läube und die Gurke, die hinter der Kamera ist, die rennt uns jetzt hinterher. Dann schauen wir mal. Tschüss. Tiefster Winter hier, wenn man sich das anguckt. Kann man sagen. Die Landschaft ist gigantisch. Ich bin jetzt mal ein paar Stunden mitgefahren. Er ist ein wenig übertrieben, sondern zwei Stunden mitgefahren. Aber ich merke schon, das geht schön in die Oberschenkel rein. Bei dir komme ich auch nicht mit, wenn du Gas gibst. Also der Johannes, der legt schon richtig vor. Gehört ein bisschen Übung dazu. Aber den Rhythmus, den kriegt man schon drauf. Wenn man regelmäßig übt. Ja, wichtig ist dann gleichmäßig fahren. Nicht zu schnell anfangen. Das ist ein Ausdauersport. Da fährt man zwei, drei Stunden, wie gesagt. Und langsam angehen lassen. Und dann macht es auch Spaß. Und nicht gleich aufgeben dann. Ja, das habe ich schon gemerkt. Aber ich meine, die Bedingungen sind natürlich klasse. Du hast jetzt den Langlauf-Ski-Verleih neu. Aber seit einem Jahr hast du auch einen E-Bike-Verleih. Für ganz Spessart oder für Lohr? Ja, für mein Spessart hauptsächlich dann. Also Lohr, Magdheidenfeld, Gemünden. Und wir haben jetzt letztes Jahr angefangen mit drei E-Bikes. Wir haben jetzt aufgestockt auf sechs E-Bikes für die neue Saison. Und ich denke, das wird auch wieder ein sehr erfolgreiches Jahr. Das sind E-Mountainbikes? E-Mountainbikes, aber auch E-Tournbikes dann. Okay. Und braucht man da ein bisschen Vorerfahrung? Oder kann man einfach sich so ein Reit ausleihen und mal ausprobieren? Ja, einfach das Gedachte, mal ausprobieren, mal einen Tag ausprobieren. Und ob es einem passt, ob es einem gefällt. Und als Testbikes dann praktisch. Und für die kommende Saison hast du jetzt auch geplant, dass du ein wenig mit Tourguides arbeiten wolltest? Ja, wir wollen jetzt also ab März, ab Ostern praktisch dann loslegen mit geführten Touren. Das war eine sehr hohe Nachfrage schon letztes Jahr nach geführten Touren. Sehr viele Touristen, 90 Prozent der Kunden waren Touristen, die in Lohr in der Ferienwohnung oder in Hotels waren. Und die haben halt oft gefragt, ja, der Schwester ist groß, aber sie kennen sich nicht aus, sie würden gerne einen Guide haben. Und das probieren wir jetzt mal aus im Zusammenhang mit der Tourist-Info von Lohr. Also da in Lohr ist immer was los. Lohr macht Laune, wie er bekannt ist. Und die nächsten Wochen noch ausnutzen, wenn es kühl ist und wenn es Schnee da ist. Der Johannes, der verleiht euch ein paar wunderbare Langlaufskier. Ihr seht, ich habe es auch geschafft. Und wenn die Saison wieder beginnt für das E-Bike, wer es mal ausprobieren will, gibt ein super Ansprechpartner in Wombach. Dann würde ich sagen, tue es mal den Hügel runter und schauen, was uns da noch erwartet. Alles klar, danke. Hallo liebe Leute, der Bär. Brumm, brumm, brumm. Mit einem Lied aus dem Kanon der immergrünen, der allerbesten Songs von den allerbesten Gruppen. Mache hier mal einen auf Influenza. Wenn ihr nicht viele Platten habt, kauft euch eine. Fleetwood Mac Rumors aus dem Jahr 1977. For you, there'll be no more crying. For you, the sun will be shining. Seit seinem 13. Lebensjahr spielt Werner Hartmann die Gitarre. Der Leiter des Heimbereichs am Lora Sommerberg erfreut seit einiger Zeit eine wachsende Fangemeinde in den lokalen sozialen Netzwerken mit seinen Musikvideos. Begonnen hat im Frühjahr 2020 alles damit. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Wie hast du die dummen Sorgen überbohrt? Hallo liebe Zuschauer, ich bin heute auf dem Gelände des Sommerbergs am Heimbereich. Neben mir sitzt der Werner Hartmann. Mittlerweile auch als der Bär bekannt durch mittlerweile 200 Videos, Musikvideos, die er seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im März online gestellt hat. Werner, wie kam es denn dazu, dass du angefangen hast, Musikvideos zu machen? Der schreckte mir in die Glieder vor und irgendwie das Gefühl, so ein bisschen Optimismus mit meinen Freunden, mit meinen nächsten Freunden, mit meinen WhatsApp-Freunden zu teilen. Das war so der erste Impuls, der das gemacht hat. Du fingst im März an. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich stelle jetzt mal wieder Lieder von mir online? Du bist ja auch in der Band. Ich bin morgens zum Strobel gegangen, zum Bäcker Strobel gegangen. Schleichwerbung? Ja, es gibt eine Menge Bäcker noch in den Rekern und so weiter. Ne, Rekern gibt es nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich zum Bäcker gegangen und es war eigentlich erstaunt, zu der Zeit sind normalerweise mehr Autos gefahren. Es war schon ein bisschen beeindruckend, als dieser erste Tag nach der Söder-Pressekonferenz war. Und das hat mich ein bisschen beunruhigt. Und dann bin ich heim und habe eine Tonaufnahme von I Build Survive gemacht. Und die habe ich dann an eine Gruppe von WhatsApp-Freunden, wo ich gedacht habe, nur das könnte die interessieren, habe ich es geschickt. Und so begann es, die fanden das ganz gut. Und dann habe ich gedacht, okay, dann starten wir mal durch. Und ab da habe ich eigentlich eine ganze Weile jeden Tag einen gemacht und an diese Gruppe geschickt. Aber ohne technischen Schnickschnack, du hast gesagt, du möchtest es einfach so aus dem Bauch raus. So reduziert. Wie man jetzt danach isst, will es eigentlich spielen. Jetzt bist du ja auch gerade durch deine Band als Musikliebhaber, sowohl passiv, natürlich auch als aktiv bekannt. Hast einen riesengroßen Fundus an Musik. Wie kann ich mir denn vorstellen? Du stellst dich dann vor die Kamera und sagst, heute habe ich mal Lust auf einen französischen Chanson, heute habe ich mal Lust auf was Rockiges. Genau. Es ist oft so, dass ich einfach auf mein Tablet, da sind meine Songtexte drauf, das habe ich dann vor mir. Was spiele ich jetzt? Was könnte ich jetzt spielen? Anfänglich war es so, das waren es auch ein bisschen thematische Lieder. Es war zum Beispiel Elton John, I'm Still Standing. Es war Marius Müller-Westernagen, Freiheit. Also es waren Sachen, die so ein bisschen was damit zu tun hatten, mit dem Gefühl, dass man so in dieser ersten Verunsicherung der Pandemie. Aber dann ist es eher so aus der jeweiligen musikalischen Vorliebe dann entstanden, was ich gespielt habe. Mittlerweile seit ein paar Wochen öffentlich auf MeinLohr, auf der Facebook-Gruppe. Hast ja doch einen größeren Verbreitungsraum jetzt. Der Zuspruch von den Leuten, das kommt schon immer wieder was. Das fällt denen. Absolut zufriedenstellend. Schön. Nett. Tatsächlich. Wie kam es denn zu deinen neuen Spitznamen, sag ich mal, oder musikalischen Spitznamen, Bär? Na ja, mir ist es wahrscheinlich so, mir ist es so gegangen, wie möglicherweise vielen Leuten. Die Pandemie oder diese erzwungene Passivität hat dazu geführt, dass ich doch ein paar Kilo mehr bekommen habe. Erstens einmal so im Laufe der Pandemie oder im Laufe der Zeit. Und das Zweite war eigentlich, dass ich relativ am Anfang ein Liedchen gespielt habe aus dem Dschungelbuch. Probier es mal mit Gemütlichkeit. Und das ist ja das Lied von Balu. Und da hat eine Kollegin zu mir gesagt, ah, das passt ja wunderbar zu dir. Und irgendwie dachte ich, okay, jetzt nennst du dich der Bär. Anfänglich Balu, jetzt nennst du dich einfach mal der Bär. Und so hat sich das einfach eingeführt. Also der musikalische Bär in den Lohrhoff sozialen Netzwerken. Dann hast du gesagt, du hast ein Liedchen für uns vorbereitet auf der Ukulele heute. Können wir machen, ja. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Prometica Plus Ihr häuslicher Pflegedienst für Loa und Umgebung Hallo liebe Zuschauer. Neben mir steht die Angelika Winkler, seit 2017 die Vorsitzende der Loa Werbegemeinschaft. Zu unserem Neujahrsinterview stehst du heute zur Verfügung. Vielen Dank. Was mich gleich mal von Anfang an interessieren würde, wie bist du ins neue Jahr gerutscht und was sind deine Ideen oder was hättest du gern für 2021, sowohl für dich als natürlich auch für die Loa Werbegemeinschaft? Ja, erstmal vielen Dank, dass du mich heute hier eingeladen hast. Ja, es ging mir so ein bisschen wie mit dem Wetter heute. Meine Stimmung war betrübt, aber ich hatte immer wieder sonnige Aussichten und genau mit diesem Vorsatz bin ich eigentlich auch in 2021 reingerutscht. Natürlich im Privaten versuchen wir uns so weit es geht zurückzuhalten. Wir haben ältere Leute auch bei uns in der Familie, deswegen passen wir da besonders auf und natürlich auch mit kleinen Kindern muss man ein bisschen vorsichtig sein. Für die Loa Werbegemeinschaft hoffe ich auf sonnige Zeiten in 2021, denn wir haben trotz der Restriktionen viel vor. Das vergangene Jahr war ja doch ziemlich heftig, auch für dich als Vorsitzende. Du hast sehr viel umorganisiert. Ich erinnere mich an meinen Lokaljob, an den Online-Ticketverkauf, erstmalig, der ja auch lief, aber trotzdem im Rahmen der Möglichkeiten ein erfolgreiches Jahr? Absolut, also wir waren natürlich vor nie dagewesene Herausforderungen gestellt, zumindest für meine Generation gesprochen. Andere Generationen haben schon viel Größeres bewegt in viel schwierigen, schwierigeren Zeitabschnitten, aber wir haben es natürlich geschafft durch den Mein Lokaljob auch überregional ein bisschen mehr zu agieren und da denke ich auch schon ans neue Jahr, denn diese überregionalen Strippen, die wir jetzt da gespannt haben, die wollen wir ein bisschen mehr ziehen. Das bedeutet, wir wollen unsere Termine für nächstes Jahr besser aufeinander abgleichen, dass die Touristen, die Kunden, aber auch die Bevölkerung von Mainz-Spessart mehr von den ganzen Angeboten des Landkreises in Zukunft wahrnehmen kann. Herausforderungen des vergangenen Jahres hast du schon angesprochen. Was würdest du zusätzlich noch positiv erwähnen für das vergangene Jahr, was die Lora Innenstadt angeht? Ja, wir bewegen uns. Nur wo Aktion ist, entsteht auch Veränderung. Also ohne Druck passiert normalerweise sehr wenig und der Handel weiß schon seit vielen Jahren, dass es gerade im Thema Digitalisierung einfach hakt. Das hängt an ganz vielen Stellen und auch im textilen Einzelhandel, in den Accessoires ist es oft auch ein Orderzyklus, der uns in sehr starke Korsetts zwingt. Und hier bricht langsam ein bisschen die Struktur auf. Und deswegen glauben wir, dass wir in 2021 noch wesentlich flexibler auf unvorhergesehene Situationen reagieren können und auch mit einer ordentlichen Portion Elan jetzt in das neue Jahr starten. 2021 ist noch ziemlich jung. Wir sind im Lockdown. Wir gehen vielleicht gerade ein paar Schritte. Es sieht auch nicht danach aus, als ob es die nächsten Wochen verbessert. Was ist denn der Plan momentan? Wie können wir denn den LoRa Einzelhandel unterstützen? Ja, also ganz neu ist ja, dass in Bayern jetzt auch Click & Collect erlaubt wurde. In anderen Bundesländern war das schon länger der Fall. Das bedeutet für Sie, wenn Sie Interesse an irgendeinem Produkt haben oder wenn Sie was dringend brauchen, nehmen Sie Kontakt mit den Händlern auf, auch gerne mit der Gastronomie. Die macht das ja schon länger. Und dann wird für Sie ein Zeitfenster vereinbart, wo Sie die Waren abholen können, direkt am Laden. Natürlich mit den geltenden Abstands- und Hygieneregeln. Für uns ist ganz wichtig, dass wir natürlich Kontakt mit dem Kunden halten können. Das ist für den Händler ganz essentiell. Und natürlich auch für die LoRa Bevölkerung, dass niemand zu sehr ins Internet abwandert. Wir haben den MeinLokaljob, der wird nach wie vor bestückt von unseren Händlern. Aber es lohnt sich immer direkt bei dem Händler, von dem Sie etwas möchten, anzurufen. Denn natürlich gibt es wesentlich mehr Sortiment, wie Sie sich das vielleicht auch gerade erahnen können. Und deswegen bitten wir Sie, melden Sie sich einfach bei den Händlern vor Ort. Dennoch höre ich eine positive Aussicht auf das Jahr. Was ist denn geplant? Habt ihr irgendwelche besonderen Aktionen wieder geplant? Ja, da wir im letzten Jahr so viel und immer wieder kurzfristig umstrukturieren mussten, haben wir uns für dieses Jahr entschieden, das Ganze auf ein bisschen stabilere Beine zu setzen. Wir planen natürlich einen Tag der Mode und ein Frühlingsfest. Aber wir werden von den alten Daten etwas abweichen müssen, da wir im Moment noch nicht abschätzen können, wie sich der Februar entwickelt. Und natürlich dann auch der März. Das sind die Termine, in die das Frühlingsfest und auch der Tag der Mode fallen würde. Und wir wollen hybride sein. Das bedeutet, wir wollen digital mit real verknüpfen. Und ich hoffe, dass wir hier schöne Konzepte herausfinden können, damit wir den Loran wieder die Türen öffnen. Das hört sich doch sehr positiv alles an. Dann wünsche ich der Loran Werbegemeinschaft, dem Loran Einzelhandel natürlich viel, viel Glück. Und ich kann nur an unsere Zuschauer appellieren, so wie wir es auch schon seit vielen Jahren machen, natürlich dann auch in Loran Einzug kaufen. Dann vielen herzlichen Dank und alles Gute für dich und für die Werbegemeinschaft für 2021. Vielen Dank, Frau. Neben mir sitzt die Gisela Albert-Schaub, die Inhaberin des Loran Phasenacht-Bode-Ladens, hast du zu mir gesagt. Genau. Du hast mich auch schön eingekleidet. Im Januar hast du den Laden hier übernommen, hast auch den ersten Fasching Gott sei Dank noch mitmachen können. Dann kam der Lockdown. Erzähl doch mal unseren Zuschauern, wie verlief denn dieses Jahr für dich? Ja, also es war so, dass ich im Januar letzten Jahres, am 7. Januar habe ich eröffnet und habe gedacht, gut, ich nehme Fasching mal hier in Lormed, weil ich hier auch langjährige Kunden hier auch habe. Hat auch Bombe eingeschlagen und ja, dann kam der Lockdown. Und ich habe versucht, dann, wo dann wieder offen war, dann über die Runden zu kommen, habe aber gemerkt, natürlich, die Resonanz ist nicht so da. Und dann, wie ich mitbekommen habe, dass der Fasching dann abgesagt wird, voraussichtlich habe ich natürlich gleich gehandelt, weil ich wollte mit diesem Laden überleben und habe mich beworben und bin jetzt angestellt halbtags und ja, und hoffe auf das nächste, also auf dieses Jahr eigentlich, dass das wieder mein Jahr wird. Du hast ziemlich Glück mit deinen Vermietern gehabt, hast du gesagt, die dich durch die schwere Zeit begleiten? Die waren ganz, ganz toll, muss ich sagen, auch schon beim ersten Lockdown sind die mir sowas von entgegengekommen und sie stehen auch voll hinter meinem Laden, auch hinter dem Konzept. Und wir haben zusammen auch Ideen auch gehabt, was man vielleicht noch weitermachen könnte. Und ja, und jetzt beim zweiten Lockdown natürlich stehen sie auch hinter mir. Wie gesagt, ich sage nur so den einen Satz, da stehen wir zusammen durch. Ja, das ist super. Du hast auch tatsächlich einige Pläne, hast du mir schon im Vorgespräch gesagt. Es soll nicht nur hier in den Räumlichkeiten ein Tattoo-Studio entstehen. Du hast auch so besondere Events geplant, beispielsweise Mittelalter-Geschichten und Dirntl und so weiter. Aber du hoffst natürlich auf die kommende Faschingsaison. Wie ist denn deine Prognose für dieses Jahr? Ja, also ich hoffe, dass, wie gesagt, der Fasching, der bei mir normalerweise als Geschäft im August, Juli, August schon anfängt, dass, ich sage mal, die Leute wieder kommen, die Kunden, langjährige Kunden und auch die Neuen. Und ja, und mit den anderen Sachen wie Festaktivitäten, Bayerisch und so weiter, wird sich weisen, ob das dieses Jahr schon möglich wird. Die Bombecher Klössköpf werden präsentiert vom Sanitätshaus Schön und Endres. Bequeme Schuhmode in Lohr. Nee, weißt du, es gibt so Orte, ja, also das sagt selbst ich, der Dieter, euer Pop-Ditan, ja, die haben so eine Magie an sich. Weißt du, was ich meine, so, weißt du, da werden Stars aus der Taufe gehoben, ja, und einer davon, ja, das ist das Mopperheim hier, ja, das Pfarrheim, ja. Weißt du, da hatte ich ein Casting laufen, so, Lohr sucht den Superbüttenredner, ja, und weißt du, und dann sind sämtliche hier angekommen, dann sage ich noch so, pass mal auf, ja, also, wir suchen hier Vulkanausbrüche, ja, und keine Furzfontäne, ganz ehrlich, du. Aber dann, weißt du, dann kam der Stefan und der Günther, du, also, das war sagenhaft, du, ja. Nee, weißt du, also, da kam Günther und Stefan, ja, ich sage noch zu den zwei so, äh, Leute, ja, ich suche hier jemanden auf der Überholspur und ihr zwei seid Geisterfahrer, du, ganz ehrlich, du. Aber dann legen die los, du, und ich sage mir, also, Respekt, ja, also, Hut ab, du, also, legen eine mega Nummer hin, Hammer, ja, für mich definitiv im Recall dreimal Jahr, weißt du, weißt du, die hauen ja mehr Flachwitze raus, als die, die Hallervorden in seinen besten Zeiten, du, also, weißt du, ganz ehrlich, du, ganz großes Kino. Weißt du, ich habe das schon klar gemacht, Tommy Gottschalk macht nächstes Jahr wieder Wetten, dass, ja, und ich meine, den, den, den hört ihr ja so gerne, den Tommy, ja, weißt du, wir machen eine Wette, ja, wir gehen zu Wetten, dass, und ihr wettet, dass ihr mehr Flachwitze in einer Minute erzählen könnt, als, als, als die, die Hallervorden, ja, ich sage nur, top, die Wette gilt, euer Dieter. Ja, und denkt immer daran, auch in der Fasnachtszeit immer mega geil bleiben, darauf ein dreifach donnerndes Wombich, Hello, Lohra Mopper, Hello, ja, und der Rest vom Talkessel, Hello. Noch ein Gedicht vom Bayersturm in Richtung Main, lädt ein schönes Gässchen zum Flanieren ein, nur die Stadt Lohr hat damit ihr Laster, denn die Muschelgasse ist wohl ein teures Pflaster, Denn zu bauen ist bekanntlich schwer, denn die Stadtkasse ist gähnt leer. An der Baustelle stand gar der Kampfmittel-Räumdienstposten, doch was explodierte, waren nur die Kosten. Und Archäologen, das ist allerhand, untersuchten jede Backerschaufel voller Sand. Ein Schelm, wer behauptet, der Bürgermeister Paul hätte die geschickt, ob vielleicht irgendwo für die Stadtkasse ein Goldstück liegt. Doch sag ich's heut, auch nur zum Spaße, finanziell gesehen ist das nicht die Muschel, nee, ist ne Sackgasse. Was bin ich für ein Schelm heute wieder, nee? Liebe Schneewittchen-TV, Seherinnen und Seher, liebe Lorarinnen und Lorar, liebe Nährinnen und Narren, einen herzlichen Gruß vom Karnevalsclub Wombach und seinem Präsidenten. Aber zunächst auf unseren Wombicher, obernahe, den Thomas Ulrich und seinen originellen Stadtrundgang, ein dreifach kräftiges Wombich-Helau! Thomas, helau! Wombich, helau! Ja, jetzt stehen wir hier zu dritt. Der Mopper, der Schnügel und der Klöskopf. Und der Orten. In Zeiten von Gendergerechtigkeit ist das natürlich nicht so. Aber deswegen bin ich ja auch froh, dass vor mir das Mikrofon und die Kamera stehen und hinter mir das Rathaus und die Verwaltung. Apropos, schönen Gruß an Mario Paul. Ich wünsche ihm für 2021 auch, dass hinter ihm die Verwaltung und der Stadtrat steht, wenn er jetzt endlich mal den Rotstift ansetzen muss. Ja, der oder das Virus, das ist ja auch noch nicht endgültig geklärt, haben uns voll im Griff. Gastronomie und Handel haben geschlossen und alle unsere Veranstaltungen müssen ausfallen. Alles steht ein bisschen still. Nur die KCW Ortenswerkstatt, die hat eben keine Kurzarbeit gemacht und hat diesen hervorragend, wie ich finde, gestalteten Faschingsorten entworfen und produziert. So, wie es einfach halt auch in die Zeit passt. Es ist ein Trauerkloß mit der obligatorischen Schutzmaske. Ja, und mit der Schutzmaske, man hört es ja auch immer wieder mal, mit Maske erkennt man die Leute nicht mehr. Ich stelle mir gerade vor, wie das immer wird, wenn es heißt, ohne Maske erkennt man die Leute nicht mehr. Gut, im einen oder anderen Fall, könnte das ja auch von Vorteil gewesen sein. Ja, und ich darf jetzt symbolisch den Orten verleihen, einmal an den Mopper und einmal an den Schnüdl. So, und wir haben uns das folgendermaßen gedacht. Wir rufen jetzt im Anschluss den Michael Schecher, den Sitzungspräsident der Laura Mopper an. Der darf sich dann den Mopper-Orten hier abholen und im Anschluss den Mario Paul, den Schnüdl-Orten. Wir werden die natürlich vorher noch desinfizieren, damit alles Corona-konform ablaufen kann. Ja, und einen weiteren Orten habe ich noch für das Gesicht von Schneewittchen TV, nämlich den Frank Zagl. Frank, vielen Dank für deine Arbeit hier in dieser Zeit und bleib uns gewogen. Und ich hätte noch eine coole Idee, einen Tipp für dich. Ja, vielleicht kannst du ja mal in einer deiner nächsten Sendungen mit der gleichen Frisur auftreten, wie das Lohrer Schneewittchen. Machbar müsste es sein. Also das könnte ich mir für nächstes Jahr an Faschig vielleicht mal vornehmen. Aber vielen, vielen Dank auch, dass ihr mitgemacht habt. Prima. So, und jetzt grüßen wir noch alle Lohrer Narren in allen Stadtteilen, getreu unserem Motto. Trotz allem verlieren wir Wombacher Narren nicht unseren Humor und frähen uns mit euch aufs nächste Jahr. Ich hoffe, ihr hattet mit der heutigen Ausgabe genauso viel Spaß wie wir beim Drehen. Es gab natürlich auch einen Sieger aus der letzten Sendung. Eine Flasche Gin von Getränke Ott hat gewonnen. Tatsächlich Karin Nussegge. Ich weiß nicht, ob der Nachname wirklich so ist, aber liebe Karin, du hast mir eine E-Mail geschrieben. Ich werde mich mit dir in Verbindung setzen. Und zu erraten war natürlich die Grotte in Sendelbach. Auch heute gibt es wieder ein Gebäude in Lohr zu erraten. Und gewinnen könnt ihr eine Flasche Stadtsekt. Gestiftet von unserem neuen Sponsor, dem E-Sender Engelhardt in Lohr. Also strengt euch an, schreibt bitte an info.schneewittchen.tv. Die nächste Schneewittchen-TV-Ausgabe findet am 19. Februar statt. Wir haben wieder spannende Themen. Wie schon angekündigt, Bürgermeister Mario Paul wird den zweiten Teil seines Neujahrsinterviews präsentieren. Und ich sage jetzt einfach mal, ich freue mich auf euch. Musik